Birgit Corinna Lange ist eine deutsche Sängerin, Schauspielerin, Sprecherin, Regisseurin und Autorin. Sie ist klassisch ausgebildete Sängerin in der Stimmlage jugendlich dramatischer Sopran. Außerdem schreibt Lange Theaterstücke, Gedichte und Kurzgeschichten, Leben. Lange studierte Schauspiel in Hamburg und Bremen. Zusätzlich absolvierte sie ein privates klassisches Gesangsstudium in Hamburg und Bremen sowie Meisterkurse im Bereich Oper und Lied in Kassel, Göttingen und New York City USA. Lange war neben weiteren Gesangsauftritten sowie Film- und Theaterengagements zuletzt in der Inszenierung von Die Wahrheit über Hänsel und Gretel, kein Weihnachtsmärchen der Schwankhalle Bremen im Dezember 2013 als Gretel zu sehen. Die Inszenierung war auch zum Theaterfestival Hart am Wind eingeladen und wurde in diesem Rahmen im Mai 2014 erneut aufgeführt. Eine Wiederaufnahme gibt es zudem im Oktober 2014. Seit Juni 2014 ist sie in der Inszenierung des Rock-Musicals Hedwig N. A. Engry in Stärschwankhalle Bremen als Hedwigs Ehemann Nilsack zu sehen. Publikationen Mit Uwe Koch Unbeschirmt Lyrik Band Booksondiment 2010 ISBN 9783839183519 Mit aller Macht Kurzgeschichte 2013 Filmografie 2012 Portion für 2 2014 Ausbrechen Musiktheater Konzerte Eigene Produktionen als Autorin, Darstellerin und Regisseurin 2007 Ewige Erben Berauscht Szenischer Liederabend Hamburger Kammerspiele Bürgerhaus Weser Terrassen Bremen Casino Bremen Schnürschuhtheater Regie B.C. Lange Konzept Regie und Hauptrolle Rose Marie 2007 Liebestaumel Trifft Tango Liederhaus im Park Bremen Regie B.C. Lange Hauptrolle Mietze Müller 2010 bis 2014 Meeresrauschen Maritimer Liederabend Freies Theater Bremen Regie B.C. Lange Hauptrolle 2010 bis 2014 Liebestaumel Musiktheaterstück Musiktheaterstück Freies Theater Bremen Regie B.C. Lange Hauptrolle Mietze Müller Agasjumas 2005 Peterchens Mondfahrt Theater auf Tour Darmstadt Regie Cosmas Chetzi Joannidis Hauptrollen Nachtvieh Juppinchen 2008 Cassabel Cantot Sankt Pauli Bremen Leitung Markus Krause 2010 Sozial ist echt genial SOVD Revue Expo Wall Hannover Regie Christian Bendig Hauptrolle Sozialberaterin 2011 Recital New York City USA Leitung Jane Ullian 2013 Oggle Plus Sopran und Oggle Bremer Dom Sankt Petri Leitung Ricarda Ochs 2013 Klassischer Soloabend Kirchweil Leitung Markus Krause 2014 Neujahrskonzert Discollegium Musicum Bacharien Warakantorei Bremen Leitung Ricarda Ochs 2014 Hedwig N.A.N. Griehnsch Rock Musical Schwankhalle Bremen Regie Nominastros Hauptrolle Jitzak Theater Lesungen Eigene Produktionen 2010 bis 2012 Unbeschirmt Szenische Lesung Freies Theater Bremen Regie B.C. Langen 2010 bis 2014 O lieb Solang du lieben kannst Romantisch Frivole Szenische Lesung Freies Theater Bremen Regie B.C. Lange P. Feilen Hauptrolle 2013 bis 2014 Kindlein Mein Schlaf nur ein Eine schaurig Schöne Lesung Szenische Lesung Freies Theater Bremen Regie B.C. Lange Hauptrolle Theodor Engagements 2008 Bremer Freiheit Concordia Theater Bremen Regie Lars Töbelmann Hauptrolle Gesche Gottfried 2008 bis 2009 William Radcliffe Hamburger Sprechwerk Regie Lydia Spiekermann Hauptrolle Margarete 2009 Jagdbeute Jagd Concordia Bremen Regie Kevin Young Rollen Alle weiblichen Rollen 2010 Versteh einer Die Frauen August Theater Neu-Ulm Regie Claudia Riese Heinz Koch Hauptrolle Janett 2011 bis 2012 Phil und Sophia Fragen nach Gott Philosophisches Kinderstück Theater Nase Weißmünster Regie Edda Klepp Hauptrolle Sophia 2011 bis 2012 Kabale und Liebe Bremer Tournee Theater Regie Ulrich Matthäus Hauptrollen Milford Präsident Frau Miller Mutter 2012 This Cottage Play Macbeth Adaption in Engel Sprache Wooden O Regie Cedar D Wolf Hauptrollen Lady Macbeth Hexe 2012 bis 2013 Ehrenwort Eine szenische Collage Nach Motiven Aus Ephibris Theater Nase Weißmünster Regie Edda Klepp Hauptrolle Effi Olerika 2013 bis 2014 Die Wahrheit über Hänsel und Gretel Kein Weihnachtsmärchen Schwankhalle Bremen Regie Und Hauptrolle Gretel 2014 Zuhause 4 Monologe Monologe von Ingrid Lausucko Produktion Theaterspiel Orte E V Freies Theater Bremen Regie Friedo Stucke B C Lange Hauptrollen Badezimmer Globus Sprecherin 2008 Smoothus Chatroom für Kinder Synchronisation Harder Music Regie Matthias Hader 2009 Unbeschirmt Befreite Kunst Video Lyrik Harder Music Unbeschirmt Regie Matthias Hader 2013 bis 2014 Wittschmiede YouTube Witze Kanal Wittschmiede Produktion Regie Christian Bode